Holy moly, Alter. Wie im Film. Mann, ey, wie im Film. Was war'n das für'n dämlicher Auftritt, du Idiot. Wir sind einer gewaltigen Verschwörung auf der Spur. Als Maul, du Penner. Und du tauchst auf und zerstörst die ganze Operation. Ey, ich bin meiner eigenen Verschwörung auf der Spur. Meine ganze Wohnung wurde leergeräumt. Von irgendeiner beknackten Reinigungsfirma oder so. Auf ihn juckt's, Alter. Was labert die morsche Tanne da schon wieder für ne Scheiße? Ist ja gut. Hä? Könnt ihr mich bei der Brücke da vorne rauslassen? Nichts lieber als das! Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann mittel ich jedem auf eigene Faust. Weg von der Karre! Ach, oh Mann. Hey! Ha! Sag mal, wir warten hier seit ner halben Stunde. Mir ist kalt. Ach, sorry, Leute. Ah, was ist das denn? Äh, das ist ne Captain Pineapple Action Figur. Und noch viel wichtiger, ein weiteres Beweisstück. Denn diese Figur ist das einzige, was die Gangster mir nicht geklaut haben. Haha! Wow, cool. Mann, warum passiert denn das immer? Sag mal, wo warst du denn? Ey, das war so krass, Palle. Erst war ich bei der Polizei, aber die hat mich überhaupt nicht ernst genommen. Komisch. Dann wollte ich natürlich sofort hierher, weil wir waren ja verabredet. Bin aber in einem Taxi in den Unfall verwickelt worden. Jada, jada, jada. Es gab ne riesige Schießerei. Ich musste aus dem Fenster springen und zack, jetzt bin ich hier. Taxi! Ach man, Jungs, jetzt warte doch. Ah, gib endlich zu, dass du Weihnachten ganz einfach vergessen hast. Ich hab Weihnachten aber nicht vergessen. Und das werde ich euch jetzt beweisen. Irgendwo hier findet nämlich jeden Augenblick ein Megadier statt. Nur die Typen, die meine Bude ausgeräumt und eure Geschenke geklaut haben, sind irgendwie daran beteiligt. Wir müssen also nur die Augen offen halten. Kommt mit! Und nach was? Na, nach zwielichtigen Gangstern natürlich. Ist das dein Ernst? Ich sag's dir. Der Typ schaut definitiv zu viele Actionfilme. Pst, hier passiert was. Schaut mal, da sind sie. Das müssen meine Geschenke sein. Boah, wenn ich's mir so recht überlege, dann bin ich gar nicht mehr so scharf auf deine Geschenke. Das gibt's doch nicht. Wo stecken die denn? Okay, Bergy, genug ist genug. Stomi und ich fahren jetzt erstmal wieder in die Stadt. Da gibt's heute nämlich eine große Weihnachtsparade. Wie schaut's aus? Kommst du mit? Ah, das wird so super. Musik, Süßigkeiten und jede Menge Bratäpfel nur für mich. Musik, Süßigkeiten und répond. Holy Moly! Holy Moly! M- Musik, Süeih housing structure, süßigkeiten und verkнакомs für dich. Musik- Musik, Süeih principles. 악 .